Der Mensch reduziert sich doch zu einer Schachfigur, die man nach dem Blieben aus dem Felde schlagen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir leben in einer Welt, in der man Heckenschützen zu Helden macht. Und jetzt denken Sie auch an die hinter den Schreibtischen.